Wir steigen damit ein in die Tagesordnungspunkt 4, Aktuelle Stunde Soziale Wohnungspolitik für Dresden. Beantragt hat es die SPD-Fraktion. Deswegen darf ich zunächst Herrn Avenaius bitten, das Mikrofon zu ergreifen. Danach beginnen wir mit der Fraktionsrunde. Es beginnen dann die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, man sollte mit der Bezeichnung historisch immer vorsichtig sein. Trotzdem ist es aber sicher nicht falsch zu sagen, dass die heutige Stadtratssitzung aller Voraussicht nach auch über die gegenwärtige Wahlperiode hinaus Bedeutung entfalten wird. Wir werden heute hoffentlich die wesentlichen Entscheidungen für die Gründung eines kommunalen Wohnungsunternehmens treffen, das nicht nur in den nächsten Jahren, sondern über Jahrzehnte agieren soll. Schließlich ist das Wesen jeder Wohnungs-, oder besser gesagt Wohnpolitik, dass sie langfristig ausgerichtet ist und nicht etwa auf die Dauer von Wahlperioden. Die anstehende Entscheidung zur Wohnungsgesellschaft ist deshalb ein Anlass, die Rahmenbedingungen zu beleuchten, in denen dieses Unternehmen aufgebaut werden soll. Die Landeshauptstadt Dresden wird bis zum Jahr 2030 insbesondere wegen der prognostizierten Geburtenentwicklung, der längeren Lebenserwartung der Menschen und den sich aus den Stadt-Land-Bewegungen zu erwartenden Zugzugsbewegungen auf 580.000, möglicherweise sogar auf 600.000 Einwohner wachsen. Andererseits erleben wir in den letzten Jahren eine zunehmend dramatische Form annehmende Verringerung des Wohnungsleerstandes, der sich inzwischen auf nur etwa 2 % beläuft. Dies hat wiederum zu einem dramatischen Anstieg des Mietenniveaus geführt, insbesondere bei der Wiedervermietung frei werdender Wohnungen. Damit steigt wiederum der Anteil der Dresdnerinnen und Dresdner, für die es nicht selbstverständlich ist, auch bei einem durchschnittlichen Einkommen noch eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohnung zu finden. Ihr Einkommen gibt inzwischen nicht mehr her, wozu es vor einigen Jahren hergegeben hätte. Dies gilt insbesondere für Familien mit Kindern, Menschen mit gesundheitlichen oder altersbedingten Einschränkungen oder Behinderungen. Dies zeigt sehr klar, wie wichtig ein stabiler, mieterorientierter Wohnungsmarkt ist, um den sozialen Frieden und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu wahren. Ein solcher Wohnungsmarkt ist nur durch eine zügige, vor allem aber stetige Erweiterung des Wohnungsangebotes zu erreichen. Vor uns stehen daher gewaltige Anstrengungen. Diese müssen zunächst einmal bestehen, das, was uns heute hoffentlich gelingen wird, das Wohnungsunternehmen ins Leben zu rufen. Dieses Unternehmen ist unerlässlich, weil nur dieses Unternehmen Wohnraum für die allerschwächsten der Gesellschaft zur Verfügung stellen kann, für diejenigen, um die sich der Markt nicht kümmert. Aber die Wohnungspolitik kann sich natürlich auch nicht in der Gründung dieses Wohnungsunternehmens erschöpfen. Wir sind insbesondere auf starke Hilfen von Bund und Ländern und auf einen funktionierenden, sozial ausgewogenen Markt angewiesen. Ersteres, die Hilfen von Bund und Ländern sind inzwischen in hohem Maße gegeben. Der Bund und der Freistaat haben inzwischen beträchtliche Summen für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt. Ebenso werden von Bund und Ländern Mittel für die Bereitstellung von Baudarlehen zur Verfügung gestellt. Wir sind stolz darauf, dass die SPD jeweils im Bund und im Freistaat Sachsen durch ihre Regierungsbeteiligung hierzu einen erheblichen Beitrag leisten konnte. Im Übrigen müssen die anstehenden Aufgaben natürlich zu einem ganz wesentlichen Teil vom Markt selbst von privaten Investoren getragen werden. Und hier müssen wir sehr genau differenzieren. Nicht jedes Bauunternehmen wird von Miethaien oder von Heuschrecken betrieben. Solche gibt es zweifelsohne. Und denen sollte man so schnell wie möglich und so gut wie möglich in die Parade fahren. Aber die Genossenschaften sind es nicht. Und zwar nicht nur wegen ihrem sympathischen Namen. Und es gibt auch viele alteingesessene Dresdner Unternehmen, die es nicht sind. Auf diese Unternehmen und auf die Genossenschaften werden wir in Zukunft dringend angewiesen sein. Wir sollten ihre Tätigkeit nicht erschweren, sondern erleichtern. Wir, das sind nicht nur der Stadtrat und nicht nur der Oberbürgermeister, sondern auch die Verwaltung. Und zwar nicht nur die Beigeordneten, sondern jeder Amtsleiter und jede Amtsleiterin und jede Sachbearbeiterin und jeder Sachbearbeiter, die den Wohnungsunternehmen ihre Arbeit entweder schwerer oder leichter machen. In diesem Sinne wünsche ich uns heute eine interessante Aktuelle Stunde und nachher eine niveauvolle Entscheidung zur Gründung des Wohnungsunternehmens. Vielen Dank. Soweit der Einreiche. Wir kommen jetzt zur Fraktionsrunde. Es beginnt Bündnis 90 Die Grünen. Herr Löser, bitte. Liebe Kollegen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Gäste, für die Grünen in ihrem Selbstverständnis stehen wir für die Themen ökologisch, sozial und demokratisch. Und ich wollte Ihnen eigentlich eine Karte zeigen. Das geht jetzt leider nicht. Die Sachsen zeigt 2017 und angezeigt wird, wie sich eigentlich momentan die Mietpreise in Sachsen verhalten. Und da haben Sie ganz viel Grün. Das ist so fünf, sechs Euro. Dann haben Sie ein bisschen Gelb. Das ist so um die Leipziger Gegend. Und dann haben Sie vor allen Dingen einen Punkt, wo es ganz schnell rot wird. Das ist dort, wo Dresden liegt. Dieses Thema bezahlbares Wohnen für uns Grüne ist sehr, sehr wichtig. Und wir glauben vor allen Dingen, dass die, sagen wir mal, gesellschaftliche Situation in den letzten 20 Jahren, die schon geprägt war von einem sehr starken neoliberalen Gedankengut, auch dazu geführt hat, dass wir heute in dieser Situation sind, die noch dazu aus meiner Sicht vor allen Dingen die politischen Ränder bestärkt. Der Glaube, dass die Ökonomie alles regelt, ist falsch. Wir werden das in den nächsten Jahrzehnten beobachten. Sondern wir brauchen, das glauben wir ganz fest, in wesentlichen Punkten Steuerung. Und das ist unsere politische Aufgabe. Ich will noch einmal kurz sagen, 1990 hatte diese Stadt 170.000 Wohnungen bei der KWV. Viele in ganz schlechtem Zustand. 2006 hat sich dieser Stadtrat gegen die Stimmen der Grünen, gegen den Totalverkauf, den wir immer abgelehnt haben, entschieden, dieses Wohnungsunternehmen dann zu verkaufen. Wir haben heute noch 700 Wohnungen in verschiedenen Trägern bei der Stadt. Wir haben aber auch jetzt andere Zeiten. Es wurde bereits darauf hingewiesen, der Bedarf an Wohnraum steigt, 2 % Leerstand. Seit zwei Jahren liegen wir über dem Durchschnitt deutschlandweit, was die Mieten angeht. Und das bei 75, 80 % Lohnniveau. Wir haben in Dresden auch einen Bauboom, unter anderem auch verursacht durch unsere gute Politik. Das sage ich ganz ernsthaft. Aber dieser Bauboom, der deckt vor allen Dingen das Segment ab von 10-Euro-Wohnungen. Ganz oft Eigentumswohnungen. Ganz oft stehen da Renditeobjekte. Und vor allen Dingen die Mietwohnungen im unteren Preissegment. Und vor allen Dingen auch die für Familien. Die fehlen uns. Und genau das ist ein Grund, warum wir diese Gesellschaft dringend gründen müssen. Wir müssen sie aber auch dringend gründen. Und das ist ein Aspekt, der noch nicht erwähnt wurde. Weil wir wissen, dass in einigen Jahren die Belegrechte bei der jetzigen Bonovia auslaufen. Und wir die dann teuer kaufen müssten. Auch dafür brauchen wir unbedingt diese neue Wohnungsgesellschaft. Und ich will gleich dem entgegentreten, was uns dann vielleicht als Vorwurf von Seiten der CDU gemacht wurde. In der Zeitung war es ja schon zu hören. Wie wollt ihr denn damit Steuern auf die Mietpreise einwirken? Das sage ich Ihnen ganz ehrlich gar nicht. Das ist auch überhaupt nicht das Ziel dieser Gesellschaft. Und das haben wir als Grüne auch nie behauptet. Denn wir wissen, dass man 30 Prozent ungefähr da, sagen wir mal, Wohnungen braucht, um überhaupt da aktiv werden zu können. Und ich sage Ihnen auch klar, in Berlin mit sechs städtischen Gesellschaften und einem sehr großen Vermögen gab es in den letzten fünf Jahren 32 Prozent Mieterhöhung. Das ist nicht das Thema. Das sagen wir Ihnen auch ganz klar. Unser Thema ist, dass wir in diesen Gesellschaften steuern. Und in Berlin wird seit kurzer Zeit gesteuert. Unter anderem von RGR und das sehr radikal und wie ich finde vollkommen zu Recht. Die Gründung zu einer Gesellschaft, meine Damen und Herren, vollzieht man nicht alle Tage. Man macht das auch nicht für Parteien, sondern für die Dresdner Bürger und Bürger. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da sehr genau schaut, was man da eigentlich gründet und was man da reinschreibt. Wir haben als Grüne in Verhandlungen mit den Partnern sehr viele Punkte vorgebracht, von denen ich Ihnen die drei wichtigsten jetzt nochmal kurz nennen möchte. Ich habe vorhin gesagt, wir verstehen uns als demokratisch. Und ich sage Ihnen, die Beteiligung der Mieter und Mieterinnen ist für uns ein sehr wichtiges Element. Deswegen haben wir in diesem FL-Bericht einen Mieterbeirat hineingestimmt, den uns die Verwaltung bitte vorlegen soll. Wir glauben, dass diese Partizipation der Mieter an dieser neuen Gesellschaft sehr wichtig ist. Wir verstehen uns als ökologisch. Deswegen haben wir reingeschrieben, dass diese Gesellschaft auch nach ökologischen Kriterien arbeitet, die langfristig auch Wirtschaftlichkeit sichern. Und wir verstehen uns als sozial, denn für uns ist es sehr wichtig, dass die Bindungsfrist nicht wie vom Freistaat vorgesehen nach 15 Jahren ausläuft für die Belegwohnung, sondern dass – und das sagen wir als politischer Auftrag für die Gesellschaft – das danach verstetigt wird. Weil was nützt uns das, wenn wir dann dort keine Sozialbelegungswohnung mehr haben? Diese neue Gesellschaft ist allerdings auch nur ein Instrument, um auf den Wohnungsmarkt einzuwirken. Und ich sage Ihnen ganz klar, RGR hat durchgesetzt, dass wir bei Verkauf von städtischen Grundstücken sichern, dass 15 Prozent für Sozialwohnungen dort reingeschrieben werden. Wir verhandeln auch jedes Mal hart, und da werden wir von Ihnen immer kritisiert, bei privaten Vorhabenträgern mit größeren Bauvorhaben versuchen dort Sozialwohnungen oder andere wichtige kommunale Daseinspflichten hineinzuverhandeln. Und ich sage Ihnen mal ganz ehrlich, liebe Kollegen von der CDU, dass AfD und FDP als Neoliberale das hier ablehnen, das ist ja ganz klar, das haben Sie auch angekündigt. Aber die CDU, die eiert hier sowas von rum und das noch vor Ostern. Ich will Ihnen das mal kurz zeigen. Sie haben im Wahlkampf gesagt mit Ihrem Kandidaten Herrn Ulbich, 5.000 Wohnungen wollen Sie bauen in einem kommunalen Unternehmen. Jetzt werden Sie heute höchstwahrscheinlich diese Gesellschaft ablehnen, zumindest habe ich das alles so verstanden. Dann wollte Herr Ulbich eine GmbH und CoKG gründen, hat sich da teuer beraten lassen und hat das hier im Wahlkampf vorgeschlagen. Sie wollen heute hier die Rechtsformänderung GmbH durchsetzen. 15 Prozent Sozialwohnungen, sagen Sie, habe ich bei der Erzählung gelesen, das setzen Sie durch. Ich muss lachen. Noch nie war eine Entscheidung mit der CDU, die das hier durchgesetzt hat. Und dann bringen Sie auch noch hier eine Anfrage an den Bürgermeister Schmidt-Lammonteen und verursacht hat das Ganze Ihr Innenminister, Herr Ulbich, mit dieser unsäglichen Protokollnotiz. Wir wollen die Gründung dieser Gesellschaft heute, aber ich sage es auch ganz klar, nicht um jeden Preis. Und wenn der Preis ist, dass ein Partner von RGR mit denen, die den sozialen Wohnungsbau in dieser Stadt ablehnen, eine entscheidende Änderung vornimmt, so müssen wir als Grüne sehr genau überlegen, was hier eigentlich die Preise sind. Ich werbe sehr dafür, dass wir dem FL-Bericht hier zustimmen und dieses wichtige Unterfangen für Dresden auf den Weg bringen. Danke. Als Nächstes, FDP-Freie-Bürker-Fraktion, Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, selbstverständlich ist es wichtig, dass wir als Stadträte und auch als Verwaltung uns um die Wohnungspolitik in Dresden kümmern. Aber hier darf es sich nicht nur um soziale Wohnungspolitik handeln, sondern muss alle Mieter und auch privaten Nutzer umfassen. Die Stadt sollte der Partner sein, der es Investoren ermöglicht, nach dem städtischen Bedarf, aber auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten der Investoren, Wohnungen für alle Schichten der Bevölkerung zu errichten. Wenn wir hier diese Aktuelle Stunde führen müssen, müssen wir natürlich klarstellen, dass es hier der SPD nur um das Prestigeprojekt Neue Woba in Dresden geht. Wir als FDP-Freie-Bürker-Fraktion glauben aber, dass die linke Stadtratsmehrheit es hier bis heute noch nicht überwunden hat, dass eine damals andere Mehrheit am 9. März 2006 die Woba verkauft hat. Wenn dies nicht erfolgt wäre, davon bin ich zutiefst überzeugt, würde Dresden und hier auch der Wohnungsmarkt viel düsterer aussehen als heute. Wenn man als aufmerksamer Bürger durch unsere fantastische Stadt fährt, bemerkt man auch mit einem getrüben rot-grünen Brille, dass sich gerade im Wohnungsmarkt viel bewegt. Hierfür besonderer Dank an private Investoren in der Stadt, aber auch den Genossenschaften unserer Stadt. Für uns als FDP-Freie-Bürger-Fraktion ist es besonders besorgniserregend, wie diese Gestaltungsmehrheit die Errungenschaften des Verkaufs der Woba und hier meine ich die Schuldenfreiheit aufs Spiel setzt. Gerade die Diskussion um die neue Woba zeigt dies sehr deutlich. Hier werden Investitionen von seriösen Partnern in der Stadt verhindert, nur um das ideologische Wunschprojekt einer neuen Woba zu realisieren. Hier meine ich ganz konkret die Verhinderung von Verkäufen von Flächen an die Genossenschaft mit dem Ziel, Wohnungen zu errichten. Diese Wohnungen würden gerade dem Personenkreis zugutekommen, wem die Gestaltungsmehrheit vorgibt, helfen zu wollen. Auch die Venovia, der ein riesiger Dank gebührt – ohne diesen Partner wäre die Bewältigung der Herausforderer in den letzten beiden Jahren durch die verfehlte Flüchtungspolitik der Bundesregierung nicht möglich gewesen – wird vom linken Lager ständig kritisiert, nur um das Gespenst der Heuschrecke zu verbreiten. Hätten wir diesen beiden Partner nicht, ja dann hätten wir wirklich ein Problem im sozialen Wohnungsbau. Aber anstatt mit diesen seriös die Herausforderungen der heutigen Zeit anzugehen, wird das Prestigeprojekt weiter betrieben. In den Diskussionen in den Ausschüssen haben wir schon erkennen können, dass es noch keine glaubhaften Fakten zur Ausstattung Standards der neu zu bauenden Wohnungen gibt. Aber noch mehr bei der Diskussion ist erkennbar, dass die Stadt Dresden bei diesem Projekt wieder vor einem neuen Kostenfall steht. Was natürlich diesen Linksideologen bei der Realisierung ihrer Träume egal ist. Wir erleben es gerade beim Kulturbelast. Aber auch andere städtische Projekte haben dies gezeigt. Die Stadt ist kein guter Bauherr, welcher auf die Steuergelder und darum handelt es sich der Bürger achtet. Beim Kulturbelast erleben wir es gerade live, wie der Kostenrahmen nach oben gedreht wird. Dies werden wir auch bei der neuen WOBA erleben müssen. Wir als FDP und freie Bürger sagen Nein zur städtischen WOBA. Lassen Sie uns für Partner wie Genossenschaft, Venovia und private Investoren Rahmenbedingungen schaffen, dass es für diese weiterhin attraktiv ist, in unserer Stadt zu investieren. Hier sind wir davon überzeugt, dass diese Investitionen für alle Wohnungsnutzer sein werden. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wir werden auch dieses ganze Projekt der WOBA natürlich ablehnen. Als nächste Fraktion der AfD, Herr Obern. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Dresdnerinnen und Dresdner! Eine Aktuelle Stunde zum Thema Soziale Wohnungspolitik in Dresden, damit sich die Bürger einen Eindruck davon verschaffen können, wie die verschiedenen Fraktionen zu dem Thema stehen, das ist theoretisch eine gute Sache. Das klingt nach Transparenz und auch nach Bürgernähe. Nötig ist eine solche Aktuelle Stunde heute aber gerade nicht. Die linke Mehrheit beschließt heute die neue WOBA und der Bürger guckt trotzdem in die Röhre. Er hat nämlich nicht die geringste Möglichkeit, das Desaster, welches Sie heute sehenden Auges anrichten wollen, zu verhindern. Schwerpunkte, die die SPD-Fraktion benannt hat, sind recht kurz abgehandelt. Dresden wächst und hat einen erhöhten Bedarf nach Wohnungen, ja. Gleichzeitig steigen die Mieten. Im Vergleich zu vielen anderen Kommunen, die im Wachstum begriffen sind, ist dieser Anstieg aber recht moderat in Dresden. Bestandsmieten bleiben sogar recht stabil. Vornehmlich die neu errichteten Wohnungen werden über den Bestandsmieten platziert, was natürlich auch Auswirkungen auf den Mietspiegel hat. Der Wohnungsneubau, der in der Phase einer negativen Einwohnerentwicklung stagnierte, zieht seit den letzten fünf Jahren wieder deutlich an und hat 2015 mit 1.500 neuen Wohnungen sicherlich noch nicht seinen Höchststand erreicht. Das ist eine sehr nüchterne Zusammenfassung des Ist-Zustandes. Kein Grund zur Panik, müsste man meinen. Aber besonders die linke Seite des Dresdner Stadtrates versucht, mit lautstarken Kommentaren genau das Gegenteil herbeizureden. Richtig ist, dass das Wachstum einer Stadt notwendigerweise Probleme vor allen Dingen für sehr niedrige Mieten mit sich bringt. Umso attraktiver eine Stadt, desto teurer wird sie auch. Aber auch andere Faktoren haben einen wesentlichen Einfluss auf Mietentwicklungen. Die allgemeine Preisentwicklung, gesetzliche Vorgaben, die Entwicklung der Reallöhne, Verwerfungen am Kapitalmarkt, um nur einige Punkte aufzugreifen. Und ich greife das Thema allgemeine Preisentwicklung auf, die Inflation also. Schwierig ist das so lange nicht, wie sich im gleichen Zeitraum auch die Einkommen entsprechend der Inflationsrate erhöhen. Passt das Einkommen aber nicht entsprechend sich an oder steigen die Abgabenlasten für die Bürger, dann wird es natürlich schwierig. Mehr Netto vom Brutto ist eine sehr einfache Formel, aber sie trifft den Nagel auf den Kopf. Soziale Politik würde bedeuten, den Menschen ihr oftmals schwer verdientes Geld in der Tasche zu lassen. Für die gegenteilige Entwicklung sind aber genau jene mitverantwortlich, die jetzt am lautesten nach sozialer Politik schreien. Obwohl der Fiskus jedes Jahr mehr Geld einsammelt und es auf der anderen Seite mit vollen Händen zum Fenster rauswirft, bleibt dem Durchschnittsbürger eben am Ende nichts übrig. Der sieht sein Erspartes im Gegenteil durch Nullzins und Inflation eher dahin schwinden. Das Lamento, was Sie heute anstimmen, finde ich verlogen. Wenn Sie wirklich soziale Politik betreiben wollen und konkret hier in Dresden soziale Wohnungspolitik, dann befreien Sie den Bürger von den Abgabenlasten. Die WOBA, die ja der Kern der heutigen Debatte ist, dient hier als bestes Beispiel einer falschen Politik. Anstatt den wirklich bedürftigen Menschen ganz konkret und individuell zu helfen, konzentrieren Sie sich auf einen prestigeträchtigen und teuren Aufbau einer neuen kommunalen Wohnungsgesellschaft. Anstatt zielgenau Mittel zu verwenden, wird wieder Geld mit der Gießkanne zum Fenster hinausgeworfen. Um die Ziele zu erreichen, die Ihnen vorschweben, nämlich 8.000 Wohnungen, werden horrende Mittel benötigt, die am Ende der normale hart arbeitende Bürger aufzubringen hat. Was Sie betreiben, ist keine soziale Politik, sondern eine Verschwendung der knappen Ressource Geld zulasten derjenigen, die dieses Geld erarbeiten und oftmals ebenfalls nicht auf Rosen gebettet sind. Vielen Dank. Als nächste Fraktion, CDU-Fraktion, Herr Dornhauser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, auch ich muss sagen, und es wäre vielleicht noch im Nachgang ganz gut Herr Avenal, dass Sie mir noch einmal erklären, warum heute diese Aktuelle Stunde. Und das sage ich deshalb, warum heute diese Aktuelle Stunde, weil natürlich ein wesentlicher Tagesordnungspunkt ja dann die bevorstehende Gründung der WOBA sein wird. Und so ist es ja gekommen, musste ich jetzt jedenfalls feststellen, dass es in der Aktuellen Stunde fast ausschließlich um die WOBA-Gründung geht. Und da muss ich sagen, auch insbesondere, dass wir ja in der letzten Stadtrat und vorletzten Stadtrat und dann könnten noch weitere Stadträte hinzuziehen, dass wir immer wieder Grundsatzdebatten über das soziale Leben in Dresden geführt haben. Jetzt hat natürlich jede Fraktion das gute Recht, eine Aktuelle Stunde zu beantragen. Und ich will jetzt nicht oberlehrerhaft klingen, aber wenn ich in der Schule so einen Vortrag, einen Auftrag gegeben hätte und die Schüler hätten vorgetragen, dann hätten heute einige das Thema verfehlt. Das muss ich ganz eindeutig sagen. So, jetzt haben wir aber das Thema, jetzt haben wir aber das Thema und deswegen möchte ich ganz persönlich gar nicht über die WOBA reden jetzt, weil dazu haben wir den anderen Tagesordnungspunkt und eigentlich nochmal die Aufmerksamkeit darauf lenken, das haben einige gesagt, dass soziale Wohnungspolitik natürlich viel mehr ist als die WOBA. und dass man sich dort überlegen muss, was haben wir für Instrumente beziehungsweise für Möglichkeiten, wo wir selbst als Dresden, nicht schon wieder die in Berlin oder die in der Landesregierung, wo wir ganz konkret in Dresden selber Möglichkeiten schaffen können oder überlegen können, was ist zu tun, um dann zumindest den Anstieg, der derzeit vielleicht noch nicht so in dem Maße hoch ist, wie das einige sagen, aber trotzdem man sich vorbereiten muss, aber wie man so einen Anstieg auch bremsen kann. Und deswegen will ich nochmal auf drei Aspekte in dieser aktuellen Stunde eingehen. Es kommt aus meiner Sicht viel zu kurz in der Debatte, was das ganze Thema Nebenkosten angeht, Mietnebenkosten. Und da haben wir ja Beispiele, wo die Mietnebenkosten manchmal schon an dem dran sind, was die eigentliche Miete kostet. Und natürlich sind die Nebenkosten unterschiedlich zusammengesetzt und sind nicht durch den Stadtrat oder viele nicht unmittelbar beeinflusst, weil doch gibt es Nebenkosten, wo wir durchaus Möglichkeiten haben, im Stadtrat zu gucken, ob es die eine oder andere Schnellschraube gibt, dort den Bürger oder den Mieter zu entlasten. Mit dem Vorteil übrigens, dass alle Mieterinnen und Mieter profitieren können und nicht nur bestimmte Gruppen. Deswegen wäre es meine Anregung, dass wir in den nächsten Monaten auch mal darüber diskutieren, in den Ausschüssen vor allen Dingen, gibt es dort Möglichkeiten, um dem Anstieg dieser Nebenkosten entgegenzutreten. Und eine kleine Bemerkung noch am Rande. Herr Obern hat es eben gerade gesagt, was die Abgabenlasten angeht, und Herr Bartels hat ja gesagt, 10 Euro, und da stimme ich zu, im Monat mehr ist schon ziemlich viel. Aber dann frage ich mich allen Ernstes, warum Sie die Parkgebühren erhöhen. Das passt ja dann alles nicht richtig zusammen. Das muss man dann schon nochmal sagen dürfen. So, also nochmal Thema Nebenkosten. Zweites Thema, das haben Sie angesprochen, Herr Avenarius, das ist wirklich das, was wir selber tun können. Die Verwaltung zu bitten, was Genehmigungsverfahren, beziehungsweise auch den Umgang mit Investoren angeht, dass man dort darauf achtet, dass das zügig abgewickelt werden kann, keine Behinderungen stattfinden. So, darauf haben wir aber auch nur begrenzten Einfluss. Aber was Sie vergessen haben, Herr Avenarius, was wir selber als Stadtrat tun können. Wir sind nämlich teilweise auch die Bremse hier, wenn es darum geht, Investitionen zu fördern. Und deswegen, ich habe es erfreut gehört, aber wiederum war ich ein bisschen erstaunt, dass das jetzt kommt, wenn Sie sagen, Genossenschaften müssen unterstützt werden, aber selber hat Rot-Rot-Grün vor ein paar Monaten abgelehnt, entsprechende Grundstücke den Genossenschaften zum Kauf anzubieten. Und da kann man immer auch sagen, okay, die Meinung hat sich geändert, aber das wäre zum Beispiel eine Sache, wo wir Sie daran erinnern werden, wenn es darum geht, dann auch neben der Wober, die ja wahrscheinlich nie aufzuhalten ist, aber genauso die Privaten und die Genossenschaften dann gleich zu behandeln und auch beim Wohnungsneubau zu unterstützen. Und, das gehört auch dazu, was den Stadtrat angeht, wir müssen ernsthaft überprüfen, ob die vielen Gremiensitzungen, die wir zu bestimmten Bauvorhaben, wenn es um Wohnungsbau auch geht, Werkstattverfahren und so weiter, wirklich zielführend sind und immer unter der Maßgabe, wir brauchen hier schnell Wohnungen. Und wir drängen Sie und Sie sagen, wir gründen jetzt eine Wober, aber deshalb haben wir ja noch keine einzige Wohnung gebaut. Also müssen wir zurzeit ja auch auf die setzen, auf die Investoren, die zurzeit Wohnungen bauen können und dort dafür sorgen, dass sie die auch dann ziemlich schnell bauen können. Und so will ich nochmal zusammenfassen, und da habe ich heute ein bisschen ein ungutes Gefühl, was in der Tagesordnungsdebatte vorhin gewesen ist. Wenn wir bei solchen entscheidenden Wober, egal wie man inhaltlich dazu steht, ist ja wirklich eine entscheidende Sache im Dresdner Wohnungsmarkt. Wenn dann ein oder zwei Tage solche tiefgreifenden Änderungsanträge kommen und dann der Fraktionsvorsitzende der Linke einfach lehnt ab, dabei haben sich ja die Kooperationspartner bestimmt auch was dabei gedacht. Da ist das, was bei mir ein ganz großes Unbehagen auslöst. Und ich glaube, egal ob wir jetzt dafür oder dagegen sind, kein guter Start für so ein großes Unterfangen bzw. Unternehmen, was dann entsprechend statisch gefühlt werden soll. Deswegen kann ich nur nochmal appellieren, und da schließe ich jetzt doch mit der Wober ab, dass wir dann die Debatte nochmal nutzen, um entsprechend uns damit auseinanderzusetzen, sind die Änderungsanträge jetzt fundiert oder nicht. Und wenn die Meinung ist, man muss noch ein bisschen länger reden, dann schicken wir sie lieber in den Ausschüsse zurück. Danke schön. So, zum Abschluss der Aktuellen Stunde und der Fraktionsrunde für die LINKEN, Herr Schäubert. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Gäste, auf dem Gebiet der Wohnungspolitik hat es im Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden in den vergangenen 20 Jahren zum Teil gravierende Fehlentscheidungen gegeben. Ich möchte zwei konkrete Beispiele benennen. Das erste ist der Totalverkauf der Wober im Jahre 2005 gewesen. Und das zweite ist der Abriss tausender Wohnungen hier in Dresden gewesen, immer wieder erneuert. Ohne diese beiden gravierenden Fehlentscheidungen hätten wir viele Probleme, über die wir heute sprechen, nicht. Wir wollen nun heute, meine Damen und Herren, eine wichtige Entscheidung im Interesse der Dresdner Mieterinnen und Mieter treffen. Wir wollen einen anderen Kurs einleiten in dieser Stadt. Der Bau städtischer Wohnungen ist ein Herzensanliegen der Linken. Wir haben lange dafür gekämpft, bezahlbaren Wohnraum in Dresden zu schaffen. Wir sind jetzt endlich auf der Zielgeraden und der Beschluss zur Gründung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft kann gefasst werden. Mit dieser Gesellschaft soll die Stadt Schritt für Schritt Wohnung für Wohnung wieder Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten auf dem Wohnungsmarkt zurückgewinnen. Im Gegensatz zu anderen politischen Kräften wollen wir unsere Stadt nicht den Immobilienhaien und den Immobilienspekulanten überlassen, sondern wir wollen etwas unternehmen, aktiv gegen steigende Mieten und zunehmende Wohnungsknappheit. Meine Damen und Herren, nach meiner Einschätzung gibt es nur wenige Entscheidungen des Stadtrates, die derart akribisch vorbereitet und intensiv diskutiert worden sind. Im August 2015 hat der Stadtrat mit der Mehrheit aus Linken, Grünen, SPD und Piraten einen Grundsatzbeschluss zur Gründung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft gefasst und zahlreiche Aufträge an die Verwaltung erteilt. Die Stadtverwaltung hat daraufhin für immerhin 27.500 Euro ein externes Gutachten einer renommierten Rechtsanwaltskanzlei eingeholt, anschließend selbst eine ausführliche Prüfung vorgenommen und dem Stadtrat schließlich eine fundierte Vorlage mit einer eindeutigen Beschlussempfehlung vorgelegt. Ich möchte einräumen, mir persönlich hat das alles etwas sehr lange gedauert. Ich hätte mir gewünscht, dass die Stadtverwaltung zügiger gearbeitet hätte. Aber das Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen. Sie haben gründlich gearbeitet und ich habe ihn oft kritisiert. An dieser Stelle möchte ich für diese Arbeit Herrn Oberbürgermeister Hilbert meinen Dank aussprechen. Meine Damen und Herren, im Zuge der Behandlung dieser Vorlage wurde in den vergangenen Wochen intensiv nachgefragt von den Stadträtinnen und Stadträten in den Fachausschüssen. Und die Stadtverwaltung hat dann nochmal eine Untersuchung vorgenommen. Und dem Ergebnis teilte uns Dr. Peter Lahmes, Beigeordneter für Finanzen, Personal und Recht, am 6. Februar nochmal schriftlich das Folgende mit, nämlich Zitat, die GmbH und Co. KG die wirtschaftlich beziehungsweise finanziell optimale Lösung darstellt. Zitat Ende. Der federführende Finanzausschuss hat daraufhin ein positives Votum zur Vorlage des Oberbürgermeisters abgegeben. Und deshalb meine ich, nach so langer und intensiver Befassung sollten doch jetzt alle Schleifen gedreht und die notwendigen Diskussionen geführt sein. Das zentrale Projekt der Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Es ist entscheidungsreif. Und angesichts dieser Vorgeschichte und den jahrelangen Prüfungen erscheint es dann doch etwas befremdlich, meine Damen und Herren, wenn dann eine derart weitreichende gesellschaftsrechtliche Entscheidung mit erheblichen finanziellen und steuerlichen Konsequenzen mal eben auf der Grundlage einer Tischvorlage, die noch nicht einmal eine schriftliche Begründung enthält, grundlegend verändert werden soll. Meine Damen und Herren, ich meine, auf diese Weise kann man eine Großstadt nicht regieren, wenn man verantwortlich handeln will. Und in diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, warum denn ausgerechnet jene, die doch gerade alle angekündigt haben, dass sie die Wohnungsbaugesellschaft grundsätzlich ablehnen, warum denn die beabsichtigen, einem derartigen Änderungsantrag zuzustimmen? Da muss man sich doch fragen, um was geht es hier eigentlich? Da kann es doch wohl kaum um die Sache gehen, sondern vielmehr darum, Zwietracht zu sehen und die Gründung der Wohnungsbaugesellschaft weiter zu verzögern. Genau das würde nämlich geschehen, wenn der Stadtrat heute diesen weitreichenden Änderungsantrag beschlöße. Meine Damen und Herren, wenn man jahrelang diskutiert, geprüft und miteinander gerungen hat, dann muss man irgendwann einmal Farbe bekennen und eine Entscheidung treffen. Es ist ganz einfach. Entweder man will die städtische Wohnungsbaugesellschaft auf den Weg bringen, man will Wohnungen bauen, dann muss man heute der fundierten Vorlage unseres Oberbürgermeisters zustimmen. Oder man will etwas anderes, dann stimmt man dem Änderungsantrag zu und dreht weitere Runden und Schleifen mit ungewissem Ausgang. Wir wollen das nicht. Wir von der Linken wollen, dass es losgeht in Dresden mit dem sozialen Wohnungsbau. Wir meinen, dass Dresden dringend eine vernünftige Wohnungspolitik im Interesse der Mieterinnen und Mieter benötigt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, damit ist die Aktuelle Stunde abgeschlossen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017